Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachlinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Ein Klassiker der süddeutschen und österreichischen Küche. Einer der dienstältesten Dynamo-Profis und einer der besten Köche aus unserer Stadt, aus Dresden. Das sind die Zutaten für die heutige Folge von Schwarz-Gelb gekocht. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Schwarz-Gelb gekocht. Die neue dynamische Kochshow. Präsentiert von Küchenhaus Hillig. Wir schießen keine Tore, wir bauen Küchen. Und Elektrofunk, der Arbeitgeber für Elektro-Profis. Patrick Wiegers ist bei uns einer der dienstältesten Dynamo-Profis. Du bist schon eine ganze Weile bei der Sportgemeinschaft. Auch einer der beliebtesten und einer der besten Köche bei Dynamo Dresden. Und dazu Robert Müller von Malzwe. Absolut unter Druck jetzt. Ja, definitiv. Also so soll das sein. Also zwei richtig gute Köche. Und was machen wir, Männer? Ich habe mir einen Zwiebel-Rostbraten gewünscht aus meiner Heimat im Gericht, das ich gern mal hier essen wollte. Und ja, ich esse das sonst immer nur zu Hause, wenn ich meine Eltern besuche, meine Großeltern. Und ja, jetzt wollte ich den einfach mal hier essen und auch selber machen. Robert, man macht den Zwiebel-Rostbraten, wie ich gelernt habe, eigentlich mit Spätzle oder mit Bratkartoffeln. Und da grätscht jetzt der Dresdner Koch dazwischen und sagt, nein, machen wir nicht. Es ist gängig, so ganz klassisch mit den Beilagen. Wir machen es ein bisschen anders. Wir bleiben bei der Kartoffel, machen aber so ein Zweierlei. Machen ein Püree, dass wir so eine Basis haben für das Fleisch zum Draufsetzen. Und dann machen wir noch ein paar Kroketten selber. Machen auch keine Röstzwiebeln im eigentlichen Sinne, sondern machen eine Kruste draus. Weil die Kruste ist immer ganz spannend. Wenn man eine Kruste kann, die Basis, kann man dann alle Krusten abwandeln. Alle Krusten dieser Welt für alles Fleisch dieser Welt. Sozusagen. Sehr schön. Und damit kann man das Fleisch immer schön aufwerten. Genau, dann haben wir noch ein paar Mürschen, die wir dazu machen und eine Schmelzzwiebelsauce. Also der Bildungsauftrag soll erfüllt werden bei Schwarz-Gelb gekocht. Jetzt kommen wir zu den Zutaten. Was haben wir denn heute hier stehen? Was brauchen wir denn? Ganz wichtig natürlich, der Hauptakteur, das Fleisch, haben wir ein Roastbeef. Du kannst da auch ein anderes Fleisch nehmen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, um das einfach mal in ganz anderes fernzuheben und das völlig abzuwandeln. Aber klassischen Roastbeef. Ja und hier Kartoffeln, viele Zwiebeln für unsere zwei Leif von der Kartoffel. Und eigentlich auch das zwei Leif von der Zwiebeln, nämlich einmal die Röstzwiebelkruste und die Schmelzzwiebelsauce. Kartoffeln, welche? Mehlisch kochend. Kochen wir dann auch eine Masse, nehmen uns ein bisschen was weg für die Kroketten. Und der andere Rest wird das Püree. Okay, wir haben noch ein bisschen ein grobes Paniermehl für die Kruste. Noch ein paar Röstzwiebeln, die wir am Ende auch noch mit in die Kruste geben können, wenn sie nicht intensiv genug wird. Schauen wir dann einfach mal. Und noch ein bisschen Brühe, die brauchen wir für unsere Soße. Okay, dann legen wir los. Wie gerne. Der Ruf eilt dir ja voraus, einer der besten Köche zu sein bei Dynamo. Wie kommt das, seit wann kochst du, seit wann schäst du am Herd? Ich glaube, ich habe schon als kleiner Junge bei meiner Oma mitgeholfen. Wir haben immer gerne Plätzchen gebacken, Kuchen gebacken. Das haben wir immer gemeinsam gemacht. Wolltest du mir rausduchen? Welches du meldest? Achso. Ne, du weinst hier ein bisschen. Robert, du musst Zwiebel schälen. Und ansonsten, ja, als ich dann das erste Mal alleine gewohnt habe, musste ich natürlich auch mich selbst versorgen. Vielleicht auch meine Schwester, die gelernte Köchin ist und auch von Berufsköchin, mir da mal ein bisschen ein paar Tipps geholt, was so geht. Und ja, ich habe eine große Leidenschaft entwickelt im Kochen. Habe es dann für Niklas in der WG des Öfteren versucht. Aber ich stehe jetzt auch nicht jeden Tag in der Küche und zauber da großartige Dinge. Also es ist schon sehr, sehr einfach und gut bürgerlich. Das heißt, viel Butter, viel Sahne in den Soßen ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Sportlernahrung. Deswegen gibt es das auch nicht jeden Tag. Aber ich mache halt einen Unterschied zwischen, was ich gerne esse, also richtig gerne esse und mein Lieblingsgericht nenne. Und was ich halt zu mir nehme, weil ich es muss aufgrund meines Berufes. Und ja, dass ich halt fit bleibe. Und wobei es da auch gute Sachen gibt. Und so ein Roastbeef ist jetzt nicht das Schlechteste. Also es ist nicht ganz so schlecht, wie es dann klingt. Ist der Zwiebelrostbraten, gehe ich mal davon aus, ganz weit vorn bei den Lieblingsgerichten. Was ist das Lieblingsgericht schlechthin, wo du sagst, dafür gehst du fest? Dafür muss ich halt immer nach Hause fahren zu meiner Oma. Und das wünsche ich mir auch wirklich jedes Mal, wenn ich dann zu Hause bin. Das ist der Schweinebraten mit Flößen und Sauerkraut und Kartoffelsalat. Und ja, also da geht nichts drüber. Da kommt auch der meiner Mama nicht ran, der meiner Schwester auch nicht. Also das ist wirklich das Beste vom Besten. Und ja, da bin ich immer tierisch glücklich. Und da esse ich auch dann mal einen dritten und einen vierten Kloß. Ja, wenn es gut ist und in Soße tunken, das ist genau meins. Und ja, und der Zwiebelrostbraten ist halt dann das, was ich gerne esse, wenn wir zu Hause dann in ein Restaurant gehen, in ein bayerisches Wirtshaus. Da bestelle ich mir dann meistens den Zwiebelrostbraten. So, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Wir haben jetzt hier nicht alles gezeigt, wie der Patrick die Zwiebeln schneidet, weil wir wollen Prano Asenovic, den Torwarttrainer von Dynamo, nicht verunsichern. Nicht, dass sich Patrick dann hier in die Hände schneidet und es dann Wehklagen bei Dynamo Dresden gibt. Aber du machst das wirklich richtig gut. Heraustragen. Heraustragen. Und es scheint eine gute Zwiebel zu sein, die du da hast. Also in Tränen verfällst du nicht. Ich bin einfach gut im Ertragen. Ein ganzer Mann. Ja, wir haben hier kurze Tonprobleme gehabt. Und mein Mikrofon ist ausgestiegen. Und ich habe mir jetzt ein Handmikrofon geschnappt. Das hat auch den Vorteil, ich muss dann hier heute gar nichts machen in der Küche. Also wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was passiert? Ja, sozusagen. Also wir schneiden jetzt die Zwiebeln quasi zu Ende, die wir natürlich für den Zwiebelrostbraten brauchen. Und dann gehen wir weiter und kümmern uns auch schon um die Kroketten. Wir haben da schon mal was vorbereitet. Das ist der beliebteste Satz bei Kochsendung. Das darf nicht fehlen. Die gießen wir jetzt einfach ab. So, ran ans Püree, würde ich sagen. Erklär uns, was gilt es jetzt zu beachten? Welche Schritte sind wichtig? Gar kein Öl drin. Beim Püree erstmal, wir haben ja gesagt, wir haben eine Masse, das Püree sind die gekochten Kartoffeln, durchgestampft, bloß mit Salz gekocht. Und jetzt kommt es zu der Krokettenmasse, die abgebrannt werden muss. Man macht eine Brandmasse. Das heißt, in einen Topf ohne Öl, weil man will ja nicht, dass eine Flüssigkeit noch mit reingeht, sondern sie soll raus. Gehen wir hoch mit der Temperatur. Anfang ein bisschen höher, irgendwann werden wir dann merken. Also schon sehr hoch. Kannst du am Anfang, dann gehst du irgendwann ein Stück zurück, weil es soll dir nicht anbrennen. Und das machst du, bis sich auf dem Topfboden einfach eine weiße Schicht, so ein weißer Pflaumen bildet. Das kann locker vier, fünf Minuten dauern. Je nachdem, wie viel Feuchtigkeit noch an der Kartoffel dran ist. So, das würde ich einfach mal mit im Blick haben. Für das normale Püree, Kartoffeln einfach durchgedrückt, geben wir jetzt gleich noch ein bisschen Butter dran, Salz, Muskat und ein ganz klein bisschen Pfeffer. Lassen es quasi, ja, relativ neutral. Püree ist ja jetzt sicherlich nicht das, was man tagtäglich macht. Also da lernt der eine oder andere sicherlich heute auch nochmal was dazu. Und aus der Tüte muss man, wenn wir es jetzt hier sehen, definitiv nicht nehmen, weil es ist relativ schnell. Also gerade Püree, ich sag mal so, die Kroketten, gehe ich mir mit, dass die Leute sagen, das mache ich nicht so. Fritteuse. Aber ein Püree sollte man schon auf die Reihe bekommen, denke ich. Dein Wort in das Hobbykochs Ohr. Machst du Püree? Bist du Püree? Sehr gerne, ja. Auch so in der Zubereitungsart oder wandelst du es ab? Ich gebe manchmal noch einen Schuss Milch dazu. Okay. Kann man? Das ist so, kenne ich auch aus der Kindheit, da wurde auch immer mal ein Schuss. Kann man, absolut. Ich lasse immer ein bisschen Kochwasser mit dran. Dann mixe ich es auf. Auch aufpassen, ich mache es, also manche machen es ja mit dem Pürierstamm, mache ich zum Beispiel gar nicht, weil es vergleistert relativ schnell durch die Stärke in der Kartoffel. Auch das Stampfen kann dazu führen, wenn man es zu schnell macht, dass es irgendwann vergleistert. Ich mache es dann immer mit so einem Küchenmixer, ganz kurz. So habe ich es von meiner Mutter zum Beispiel gelernt, weil wir ja vorhin bei den Sachen waren, die man so mitnimmt, die man sieht. Und die machen immer noch das beste Kartoffelpüree und ich versuche immer da ran zu kommen und das fällt mir relativ schwer, auch wenn es eigentlich einfach ist. Aber mein Püree schmeckt nie wie das von meiner Mutter. Aber da auch aufpassen mit der Küchenmaschine, dass es nicht zum Tapetengleister wird. So, die Krokettenmasse sieht gut aus. Ja, hier unten siehst du es. Da war die Temperatur am Ende wahrscheinlich ein bisschen zu hoch, aber es ist nicht schlimm, weil wir haben ja gesagt weiß. Aber wenn es dann so, so sieht es halt aus, wenn es abgebrannt ist, geben wir uns einfach die Schüssel. Wir müssen sie natürlich noch würzen, da auch Salz, ein bisschen Muskat und Pfeffer. Also ähnlich wie beim Püree. Genau, sind so, als wenn du es ganz klassisch lassen oder eine Basis einfach lassen willst und so machen wir es heute. Du kannst das dann auch noch, du kannst dahingehend dann auch noch abwandeln. Gerade beim Püree und auch bei den Kroketten hast du dann ziemlich viele Varianten. Oder Möglichkeiten. Gut, dann denke ich mal, geht es auch so langsam ans Hauptgericht, warum wir heute hier sind, oder? Also Zwiebelrostbraten klingt gut, aber wir sollten uns jetzt so langsam auch um den Zwiebelrostbraten kümmern, oder? Ans Fleisch auf jeden Fall. Patrick, du darfst dich, glaube ich, als Bratmeister jetzt betätigen von diesen schönen Stücken Fleisch. Also das sieht richtig gut aus. Hast du nicht das schlechteste Stück Fleisch ausgewählt? Nee, wie du das gerade schon gesagt hast, da sollte man auch Wert drauf legen. Da jetzt nicht günstig und viel, da hat man keine Freude. Das bleibt am Ende nicht übrig auf dem Teller, weil es sich zusammenzieht oder es ist geschmacklich nicht gut, es ist zäh. Gerade beim Fleisch sollte man schon lieber ein bisschen mehr ausgeben. Ist Rind bei dir das präferierte Fleisch? Ja, doch, schon. Also es ist geschmacklich einfach am besten, gerade wenn es so in die Steakrichtung geht, dann soll es schon Rind sein. Es darf auch mal ein Schweinenackensteak am Grill sein im Sommer. Das ist auch ganz gut, ansonsten halt Händchen und ja, Rind. Okay, also jetzt noch salzen und dann geht's los. Genau. Da gibt es so einen, der macht das immer so. Ja. Da darfst du aber auch kein zu teures Stück essen, sonst bist du direkt in der Kritik. Ja. Kannst du ganz kurz was zur Grillplatte sagen? Das ist quasi der Pfannensersatz heute hier. Genau. Ist natürlich, wenn du so eine Masse an dem Steak hast, schön. Wenn du was Eckiges hast, also was Rundes, wo es dann an der Seite hochsteht. Hier ist es genau angepasst auf das Kochfeld. Ja, und gerade bei der Größe der Steak sitze ganz schön. Dafür haben wir jetzt kein Öl und auch keinen Butterschmalz genommen. Was würdest du jetzt bei einer Pfanne machen? Sowohl als auch kannst du beides nehmen. Olivenöl wäre schlecht, weil es hat halt einen relativ niedrigen Brennwert. Das heißt, es verbrennt dir irgendwann. Bei hohen Temperaturen ist das nicht geeignet. Es gibt Olivenöl zum Braten, aber dort würde ich immer Pflanzenöl oder Butterschmalz halt nehmen. Und hier ist auch nochmal so eine Sache, das Fettrand, das habe ich vorhin gar nicht mehr ausgeführt so richtig. Mitunter wird es weggeschnitten. Wir lassen es aber dran, weil Fett ist Geschmack. Es läuft jetzt hier auch noch ein bisschen aus. Und wer es nicht mag, der lässt es weg. Ansonsten kann man das Problem nur... Man kann es ja dann auch später wegschneiden. Also von daher alles so gut. Aber ich würde es immer erst mal dran lassen. Ist natürlich ein Geschmacksträger auf jeden Fall. Absolut. Oder es ist dicker wird so ein grauer Rand. Das ist dann immer nicht schön. Also bei uns Köchen ist das dann immer... Ist das einfach so der Perfektionismus, der uns da verfolgt. Aber anderthalb, zwei Minuten von jeder Seite. Dann auf dem Backblech. Und dann geben wir da noch ein bisschen Rosmarin, Thymian dazu. Und dann geht es einfach nochmal kurz in den Ofen. Das ist ja quasi jetzt schon die Vorstufe des Grillens. Ich kann mir vorstellen, Grillen ist bei allen Fußballern auch sehr, sehr beliebt. Aber das will auch gekonnt sein, damit das Fleisch dann den Punkt erreicht hat, den man selber will. Ja doch, das bedarf schon einiges an Übung. Auch das Grillen. Das ist nicht einfach nur mal ein Fleisch auf den Grill gelegt, irgendwann gewendet. Und da willst du auch den perfekten Garpunkt erreichen. Und deswegen musste auch ich das ein oder andere Mal meinen Grill erst mal kennenlernen. Und da ging auch schon das ein oder andere Steak auch mal schief. Aber der Hunger treibt es runter. Aber Grillpartys sind bei Dynamo Dresden definitiv angesagt. Jetzt gerade, wenn es dann in der wärmeren Saison zur Sache geht. Wenn man dann auch mal vielleicht den nächsten Tag frei hat, dann trifft man sich auch mal zu einem Grillabend. Ja doch, auf jeden Fall. Der Rico Benatelli, der Niklas und ich wohnen ja auch im selben Haus. Und da gibt es schon mal die ein oder andere Grilleinheit am Abend oder auch mittags. Und das machen wir liebend gern. Sitzen wir zusammen. Und genießen so die warmen Sommernächte. Patrick, wie ist es, wenn man jetzt unter einem Trainer spielt, mit dem man früher noch zusammengespielt hat als Spieler? Ist das was Besonderes? Ist das irgendwie speziell? Natürlich hat man es nicht so oft, glaube ich, in seiner Karriere, dass man mit einem Trainer zusammenarbeitet, der auch mal sein eigener Mitspieler war. Der Fielo ist halt ein Typ, der die Sprache der Spieler spricht. Er ist selbst vor kurzem noch auf dem Rasen gestanden und weiß halt genau, wie Spieler ticken, was Spieler wollen. Und ja, das vermittelt er überragend. Und ja, wir sind jetzt gefordert, das halt auch positiv zu gestalten und dann Ergebnisse umzuwandeln. So passt das dann auch. Packen wir das hier auf unseren Teller. Und das wandert wie lange jetzt in den Ofen? Da kannst du dann spielen. Je mehr Zeit und desto geringer die Temperatur, desto schonender einfach. Das Fleisch ist im Ofen. Jetzt müssen wir uns noch um den Vornamen des Gerichts kümmern, um den Zwiebelrost quasi. Was gilt es da zu bedenken? Du willst ja auch noch an die Panade ran vom Fleisch. Ja, die Kruste, genau. Wir nehmen jetzt einfach einen Teil von den Zwiebeln und zwar geben wir bloß ein bisschen Mehl in die Schüssel. Ein bisschen Paprika noch. Kann man, muss man nicht. Das ist jetzt kein Zwang und ein bisschen Salz. Paprika edelsüß. Du könntest auch Cayenne-Pfeffer zum Beispiel nehmen, wenn du es ein bisschen schärfer magst. Aber süß ist okay, oder? Ja, alles gut. Und jetzt einfach die Zwiebeln mit rein, alles schön durchmengen. So, dann sind wir beim Frittieren. Öl ist heiß, genau. Öl ist heiß. Heiß und fertig, wie man sagt. Und dann sitzt du noch hier drüben. So, perfekt. Auch nicht zu viel, aber wenn es zu viel wird, ist das, kühlt das Öl relativ schnell runter. Lieber so Stück für Stück. So, hier steht noch ein Sößchen, wofür brauchen wir das? Das nehmen wir dann am Ende. Wir machen zwar eine Schmelzzwiebelsoße dazu. Okay. Aber eine gute Soße und auch bei den gutbürgerlichen Gerichten darf ja, also in Sachsen und auch in Bayern ist das ja so, kann es nicht genug Soße sein. Deswegen habe ich da mal ein bisschen was mit. Das verlangt mal nach einer extra Spezialausgabe vielleicht bei Schwarz-Gelb gekocht, wo wir mal so ein Sößchen von dir uns zubereiten lassen, vielleicht in einer Kurzform. Und du uns dann die Geheimnisse des Soßenmachens nochmal erklärst. Heute ist ja der Zwiebelrostbraten im Mittelpunkt, sind die Zwiebeln jetzt perfekt. Sehen gut aus. Genau. Und die tropfen jetzt auf dem Küchenpapier. Genau. Eine Charge machen wir noch. Wir brauchen sie ja bloß für unsere Kruste, also wir brauchen jetzt gar nicht so eine Masse. Also auch da ein bisschen Geduld mitbringen. Allgemein beim Kochen ist das immer, wir hasten schon genug durchs Leben. Da kann man ja beim Kochen sich ein bisschen Zeit lassen und das einfach genießen und auch Sachen ausprobieren. Das finde ich immer ganz wichtig. Du denkst dann sicherlich beim Kochen auch nicht an eine Viererkette, die vor dir agiert, sondern konzentriert sich dann voll und ganz auf das, was da vor dir steht im Kochtopf. Ja doch, es ist schon, wie man sagt, man soll ja auch beim Kochen irgendwo ein bisschen abschalten. Gerade wenn man es hobbymäßig macht, ist das für mich auch ganz gut, weil man sich wirklich nur auf das konzentriert und gar keine anderen Gedanken durch den Kopf schwirren. Deswegen ist es schon ein schönes Hobby und ein toller Zeitvertreib und man kann schlussendlich noch genießen oder man kann für andere einfach diesen Genuss herbeiführen. Und das ist das, was mir persönlich am besten gefällt, wenn es meinen Gästen schmeckt und die zufrieden sind und ich esse alles. Das glaube ich. Aber wo ist, oder was ist das Wiegers Leibgerecht, wo du sagst, da habe ich immer gepunktet. Das macht keiner so gut wie Patrick Wiegers. Also ich glaube, Chili con carne habe ich schon des Öfteren gemacht, weil man es halt auch in großen Mengen machen kann, das ich dann für eine größere Gruppe zubereitet habe, wo sie gesagt haben, boah, das ist echt richtig gut. Oder wenn es mal Pasta sein soll mit viel Kohlenhydrate, dann habe ich auch Spaghetti Bolognese. Also Bolognese darf man ja nicht sagen, weil da muss bestimmtes Zeugs rein. Aber ja, das sind so die einfacheren Gerichte, die man dann auch mal in größeren Mengen zubereiten kann. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, was wäre gewesen, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst? Das klingt so, also die Leidenschaft des Kochens hört man bei dir schon extrem raus und mit deiner Großmutter, Mutter, Schwester, auch Köchin, da ist ja schon eine zweite Karriere so nebenbei denkbar. Na ja, ich glaube nicht, dass ich Koch geworden wäre, aber ja, das ist halt was, gerade wir als Fußballer oder ich als Fußballer habe halt schon noch relativ viel Zeit, um mich damit auch zu befassen und mich auch mal zwei, drei Stunden noch in die Küche zu stellen und irgendwas auszuprobieren. Das hast du ja als normaler Arbeitnehmer halt nicht. Da willst du, wenn du nach Hause kommst, wahrscheinlich schnellstmöglich was auf dem Tisch haben und das ist völlig klar. Aber ja, diese Leidenschaft ist in mir, ich weiß auch nicht wieso, aber mal gucken, was daraus wird. Also ich werde, glaube ich, nicht irgendwann mal ein Restaurant eröffnen. Das wäre die Frage gewesen. Vielleicht mal werde ich dann meine Schwester mit ins Boot holen, die dann das übernehmen soll. Aber das ist ganz, ganz weit weg. Also zu eröffnen würden wir uns anmelden. Seid auch herzlich eingeladen. Dankeschön. So, ich glaube, wir gehen in die Schlussphase. Wir nähern uns dem Ende und haben endlich dem vergossen. So langsam bekomme ich nämlich Hunger. Lassen wir den Wiegel noch mal ein bisschen was machen und seine Kochkünste zeigen. Stichwort Schmelzzwiegel. Wie machen wir die am besten? Du hast schon das Richtige in der Hand. Butter. Also wir brauchen auf jeden Fall viel Butter. Ah, das gefällt dem Wiegel. Ja, das habe ich mir natürlich gemerkt. Kann alles rein. Die lassen wir jetzt einfach zergehen. Passt? Ja. Dann kannst du dich so mit den Zwiebeln schon mal mit den restlichen bewaffnen. Wir lassen jetzt einfach, oder dünsten jetzt so ein bisschen an. Geben dann Zucker dazu und lassen das alles ein bisschen karamellisieren. Von daher, diese Süße übertünscht dann auch so diesen kantigen Geschmack von der Zwiebel, die Butter noch. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist ein bisschen abgewandelt von dem Gericht, so wie du es kennst, kann ich mir vorstellen. Ja, aber ich bin trotzdem neugierig, wie das schmeckt. Ich hoffe, dass man trotzdem diese Aromen alle dann so erkennt und rausschmeckt, wie ich sie erwarte. Da sind wir echt neugierig. Da sind wir echt neugierig. Also das wird ein kritisches Urteil. Da kannst du dich drauf gefasst machen, Robert. Zumal, wenn das wirklich so immer mit der Heimat verbindet, ist es immer relativ schwierig. Da verliert man meistens. Da kommt der andere Freistaat dann auch noch durch. Also da bin ich mal sehr gespannt bei der Verkostung gleich, was das geben wird. Apropos, bevor die Verkostung stattfinden wird, müssen wir ja noch die Kroketten machen. Und die Kroketten machen wir ganz ohne Fritteuse. Die machen, naja, was heißt ohne Fritteuse, das stimmt so nicht. Wir geben halt auch Öl in den Topf und frittieren es da einfach drin. Du kommst um das Frittieren nicht drum rum. Also du könntest sie jetzt auch im Ofen backen, aber das ist so wie Pommes im Ofen machen. Die sehen zwar irgendwie ganz cool aus, aber lecker sind sie nicht. Und das ist bei der Krokette ähnlich. Also die würde ich immer frittieren, auch zu Hause, Fenster auf die Abzugshaube, höchste Stufe oder halt im Gasthof. Die wenigsten machen es zu Hause, vielleicht heute nach unserem Beitrag ein paar mehr, aber die meisten Leute lieben ja Kroketten. Machst du solche Sachen bei dir zu Hause? Hast du eine Fritteuse? Nein, ich selbst habe keine Fritteuse im Haushalt, aber meine Eltern haben noch eine und da gibt es auch dann ab und an mal, wie gesagt, Kroketten oder Pommes. Ja, er hat recht, die schmecken einfach besser. Also wenn ich mal Lust auf Pommes habe, dann mache ich sie mir eigentlich auch nicht im Backofen dann zu Hause, sondern dann gehe ich irgendwo hin, wo ich sie kriege. Und da sind sie aus der Fritteuse und ja, ist schon richtig so. Aber man merkt, die Basis vom Kochen ist absolut da. So, auch eine Fritteuse, also zwar nicht selber, aber die Fritteuse zu Hause, das ist schon, da wissen wir, woher die Skills kommen. So, die Kroketten können eigentlich zubereitet werden. Erklär ganz kurz, wie werden sie jetzt ins Öl, ins Frittieröl gegeben? Na ja, wir haben jetzt hier, wie gesagt, das Ei drangegeben, haben das alles vermengt, noch ein bisschen Grieß, man muss dann ein bisschen schauen, dass man es auch portioniert kriegt. Sollte nicht zu hart sein, weil sonst sind die dann einfach trocken und zu weiß natürlich auch nicht, kriegt man sie nicht portioniert. So ist das ganz schön, ich kann die noch schön modellieren, dann gibt es einfach hier in die Polenta, in den Maiskies, paniert die ein bisschen. Wie viel machen wir pro Gericht? Drei. So, die Kroketten sind im Öl. Es gibt auch diesen typischen Kroketten-Frittierduft jetzt hier. Was ist mit den Möhren, die haben wir mittlerweile ins Wasser getan? Die haben wir jetzt plus in Salzwasser ein bisschen gekocht. Frag nicht, wie lange? Da die relativ klein sind, kochen das Wasser, ich sag mal, ein bis zwei Minuten. Das ist sehr schön. Überhaupt kein Problem. Das haben sie jetzt auch geschafft. Die gießen wir ab. Die lassen wir schön goldbraun frittieren, dann machen wir uns an die Kruste. Sehr gut. Was gilt es bei der Kruste noch zu beachten? Bei der Kruste? Na, die Basis ist immer eine Butter. Butter ist wirklich hier massiv vorrätig. Na ja, wenn ich das Gericht schon so abgeändert habe, dass es nicht mehr dem Original entspricht, dann sollte wenigstens die Vorgabe von Butter und Sahne erfüllt werden. Und das, denke ich, machen wir. Das, denke ich, machen wir. Und du hast ja vorhin selber gesagt, du bist bisher noch nicht auf deine Ernährung angesprochen worden. Deswegen geht das heute. Also, einfach ein bisschen Butter. Das ist die Basis. Du brauchst immer eine Fettigkeit. Dann haben wir unsere Röstzwiebeln selber gemacht. Wenn wir die jetzt einfach so nutzen, würde man sie salzen. Wenn man sie als Topping oben drauf gibt. Wir machen das in dem Fall in der Kruste. Die einfach mit zur Butter. Die waren auf jeden Fall schon mal extrem lecker. Ich habe sie als Chips benutzt. In der Zwischenzeit ein bisschen geknabbert. Wird immer mit weggenast nebenbei. Also, dann einfach ruhig mit der Hand hier rein und alles erst einmal vermengen. Okay. Das eignet sich dann, wie du ganz am Anfang gesagt hast, aber auch für diverse Fleisch. Genau. Und du könntest jetzt viele verschiedene. Du könntest auch eine Kräuterkruste machen. Nimmst du Butter, ein bisschen Rosmarin, Thymian, Schnittlauch, hackst das alles schön klein, gibst das da rein. Was du jetzt hier auf jeden Fall noch brauchst. So könntest du es natürlich nicht draufpacken, weil es noch zu flüssig ist. Daher nehmen wir einfach unser Paniermehl. Ich nehme dir immer gerne Pankomehl. Das ist so ein asiatisches Paniermehl. Das ist ein bisschen gröber. Beim Asiaten um die Ecke. Zum Beispiel. So sehen dann unsere Kroketten aus. So, wir gehen in die Nachspielzeit. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell so ein Zwiebelrostbraten fertig ist. Hier ist alles angerichtet quasi. Jetzt gilt es noch darum, das Fleisch quasi zu verfeinern. Mit der Kruste und zur vollenden. Wir haben es jetzt nur noch mal gefeffert, weil da haben wir ja gesagt, das machen wir danach. Hier haben wir jetzt unsere Kruste. Die packen wir jetzt einfach zum Abschluss oben drauf. Der Grill fährt gerade hoch, weil das Ganze kommt natürlich noch unter den Grill. Wie lange? Bis die einfach eine schöne Farbe hat. Also die Kruste soll schön knusprig werden. Natürlich jetzt nicht schwarz, aber ein bisschen Farbe kannst du nehmen. Also 32 Minuten. Das kommt auf deinen Grill an, Jens. Wenn du den natürlich jetzt auf 280 Grad hochheizt, geht es ruckzuck. Aber die ist halt unten drunter. Unter der Oberfläche noch, naja, recht weich, butterig. Das wollen wir so nicht. Die soll schon durchgängig Temperatur bekommen. Genau. Das geht jetzt gleich nochmal in den Ofen. Die Karotten schwenken wir nochmal durch. Soße ist warm, Püree ist warm. Dann treffen wir uns zum Anrichten wieder hier und gucken, dass das in 4-5 Minuten unterm Grill fertig ist. Genau. Na dann, Männers, Prost. Patrick, danke. Prost. Das Bier stand ja jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern der Zwillow-Rostbraten. Deshalb würde ich sagen, probieren wir es mal, oder? Gerne. Gut. Patrick, deine Meinung zählt. Und? Kommt es ans Original ran? Ja, also es kommt ran, aber es ist es nicht. Aber du hast es ja auch abgewandelt. Aber es schmeckt mir wirklich richtig gut. Das Fleisch hast du am Punkt getroffen. Oder was ich, ich habe es ja gebraten. Ja, ich denke, du hast zuletzt den Teller reingestellt. Genau. Da habe ich die Verantwortung abgegeben. Nein, es schmeckt wirklich richtig gut. Mit der Kruste obendrauf, diese Röstfübelaromen, hast du richtig gut drin. Und das Püree, die Kroketten, die Karotte habe ich jetzt noch nicht gegessen. Das mache ich dann am Schluss. Nein, rundum zufrieden und gelungen. Bevor es an die Karotte geht, Patrick, bitte ich dich an unsere Unterschriftenwand. Alle, die hier mitgekocht haben, verewigen sich auf unserer Wand einfach irgendwo unterschreiben. Also, der Zwiebelrostbraten nach dem Rezept von Patrick Wiegers, den hat es heute gegeben. Er ist uns gelungen, sagt Patrick. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das Ganze nachkocht. Ich glaube, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen vom heutigen Kochen. Danke, Robert. Danke, Patrick. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei Schwarz und Gelb gekocht. Bis dahin. Tschüss.